Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Story Mode in der vierten Episode. Wir sind in Ivor's Labor angekommen und suchen nach einem Verzauberungsbuch. Aber hier ist das reinste Chaos. Reden wir doch erstmal mit unserem kleinen Freund hier. Mal sehen, vielleicht kann er uns helfen. Ruben, was machst du? Ja, du kannst dich selbst gekocht. Ja, wir wollen hier kein Schweinebraten haben. So, guck mal, was gibt's hier noch für Bücher? 20.000 Blöcke unter dem Seat. Lernst du, indem du in der Box zu erreichen denkst, musst du etwas missen. Wir reden am besten nochmal mit Gabriel. Der hat bestimmt noch nie die Idee. Ich denke, dass er etwas über die Potions wusste. Kann ein von diesen Stumpf die Witter-Monsters stopen? Ich bin richtig erinnert, nicht wahr? Warum nicht? Das ist das, was das ganze Verbrechen begonnen hat. Eine Potion. Dann vielleicht eine Potion kann es enden. Die Potionen einfach nicht stark genug. Oh, ich verstehe. Eine Potion von Geheimnis. Eine Potion von Feinheit. Eine Potion von Nausea. None dieser wird mir helfen. Jesse, werde ich gut sein? All right. Oder ist das nur... wer ich jetzt bin? Ich habe immer noch zu erinnern, was ich war. Natürlich, du bist okay. Du bist Gabriel, der Krieger. Danke, Jesse. Deine Hoffnung in mir ist stärker als irgendeine Potion. Nur vielleicht eine Potion von Hoffnung. Ich wundere, ob er eine von diesen hat. Der Gabriel. Er tut mir schon irgendwie leid, weil irgendwie... wenn man sich nicht erinnern kann, wer man ist. Aber auf seine Art ist er irgendwie so traurig, dabei zuzugucken. Das ist so schwierig. Das hat es mit der Werkbank aufsehen. Natürlich, jeder braucht ein Crafting Table. Eine Truhe. Hm, was ist da wohl drin? Guck mir doch einfach mal rein. Holzbretter? Das ist... Oh... Wir... kommen da Ideen. Aber, okay. Wir haben jetzt nur noch hier das Löchlein, also schauen wir uns das Löchlein an. Hey, Olivia! Ich glaube, da gibt es ein Redstone hier. Es sieht aus wie ein Circuit. Wir brauchen wahrscheinlich nur ein Lever, um ihn zu poweren. Es ist zu schlecht, dass ich einen nicht habe. Ja. Kein Lever, kein funktionierendes Circuit. Aber natürlich können wir einen craften. Wir sind ja schließlich in Minecraft. Also machen wir uns den Hebel. Erstmal brauche ich ein paar Stöcke. Ähm... Muss ich... Okay. Man braucht Stöcke. Wie macht man nochmal Stöcke? Ähm... So. So. Genau. So macht man Stöcke. Okay. Und man braucht... ...einen Stock. Und... ...und sowas. Genau. Bingo. Bingo. Ich habe es noch drauf, obwohl ich schon Ewigkeiten nicht mehr Minecraft mit Rezepten gespielt habe. Gut, aber das ist jetzt auch nicht schwer gewesen. Das gebe ich zu. Und... Klack! Hat er gerade Sucker gesagt? Das ist cool. Ein secret Passage? Hm. Warum würdest du ein secret Passage in einem Haus, das niemand zu besitzen? Mehr als, warum würdest du nicht? Die secret Passage sind cool. Ja. Ein guter Punkt. Da hat er recht. Das macht mir bei Minecraft auch immer am meisten Spaß. Oh, oh. What the... Are you guys okay? We're fine. But the lever is not working anymore. Stay there. We'll head down and see what we can find. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Wenigstens hat er eine Fackel. Wow. What is all this? Ha! Incredible. He's gathered them all in one place. Gathered... What exactly? The treasure of the order of the stone. Ah, okay. Ein Leuchtfeuer? Ne. The stories I could tell about these dusty old things. Das ist das Ei vom Enderdrachen. Ich habe keine Enchantungbücher, doch. Vielleicht durch da... Vielleicht... Locked, natürlich. Es muss eine Art, um es zu öffnen. Gasträne. Eine Seelaterne. Ach so, stimmt ja. Die gibt's ja noch gar nicht so lange. Die... Die... Das stimmt. Was ist... Zeig ich mal. Was gibt's denn da? Ähm... Nehmen sollte ich sie wahrscheinlich nicht. Das ist auf der Druckplatte. Was haben wir denn da noch? Prismarinscherbe. Prismarinscherbe? Du musst mich schrauben. Die waren also auch mal in einem Unterwassertempel. Das ist schon echt cool. Was... Was gibt's hier hinten noch? Oh, okay. Wir können hier nicht lang. Ich gucke jetzt gerade mal. Kann ich denn mit... Warte mal. Wir schauen uns noch das Drachenei an. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ich frage mich wirklich, was bei denen schiefgegangen ist. Ja. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Irgendwas passiert, wenn wir die Schätze hier aufheben. Weil ihr könnt ja bestimmt schon sehen, dass da Druckplatten sind. Ich nehme jetzt mal die Seelaterne. Ja. 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 Ich habe so ein ganz böses Gefühl. Diese Gas-Türen? Die sind super hart zu bekommen. Du wirst nicht die halbe davon wissen. Es war unsere erste offizielle Mission als die Ordnung der Stein. Wir haben diese Gas-Türen für Stunden gekauft. Und diese Türen waren unsere Rewardung. Wow. Ich muss das kaufen. Irgendwie macht es mich nervös, hier die ganzen Druckplatten auszulösen. Weil irgendwas sagt mir, dass das ganz schief gehen kann. Das sind Prismarine-Krystall. Du kannst sie nur unter Wasser bekommen, oder? Precisely. Wir haben sie fast aus dem Oxygen gekauft. Eligard musste eine Spare-Bucket nutzen, um ein paar extra Wasser zu bekommen. Wir benutzen die meisten davon, um eine Seelaterne zu machen. Das ist alles, was bleibt. Prismarine ist ein cooles Wort. Prismarine. Prismarine, ja. Interessant, was er gerade gesagt hat. Mit einem Eimer ein paar extra Züge Wasser verschafft. Achso, ja stimmt. Wenn man mit einem leeren Eimer ein Wasser weg macht, hat man kurz, ganz kurz, hat man da Luft. Es ist nicht besonders lang, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Das nehme ich. Entschuldigung, ist das der aktuelle Ender-Dragons-Egg? Ah, alas, ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles geklaut. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, wir haben es alles mitgenommen, aber wir haben immer noch kein Ort. Ach ne, hier ist doch Pack-Eis. Packed ice? Ich habe nur noch nie gehört davon. So, woher diese Packed ice kommt? Wir haben es zurück, aus der Eispläne Spikes biome. Es war colder da, als sonst wo wir noch nie gewesen sind. Aber Magnus slipped so viele Male, unsere Laughung hat uns warm. Nach dem, wir wussten, dass wir bereit sind, die Ender-Dragons. Oh, cold! Und slippery! Wow. Aha! Ein Hopper! Warum ist Eivor einen Hopper in seinem Basement? Eins, zwei, drei, vier. Sieht aus wie ein regularer Hopper. Das ist mit einer Redstone-Cirketrie. Mann! Eivor liebt seine Puzzle. Ja, der steht echt auf Rätsel. Hm. Fünf Schläge. Die haben, okay, jetzt müssen wir mal kombinieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Die haben gemeint, die erste Mission, die sie gemeinsam gemacht hatten, war die Gasträne. Die... Die... Ansehen. Ja, genau. Das Drachenei war das letzte. Ähm... Das Pack-Eis war kurz vor dem Ender-Drachen. Pack-Eis. Let's put it here. Das war eine Seelaterne. Warte mal, Prismarine hier. Und die Seelaterne hier. Die Seelaterne können sie ja erst gemacht haben, nachdem sie Prismarine bekommen haben. Glaube ich. Bingo. Ja! Du hast das geschafft. Aber wie in der Welt wirst du wissen, was sie in der Order zu setzen? Es gab 120 möglichen Kombinationen. Alles ich brauchte war in deinen Story. Gute Arbeit, Jesse. Du weißt, ich gebe oft Eivor einen schweren Zeit. Aber... Für alles, was er schlägt? Seine Zeit mit der Order ist sicherlich ein großer Deal zu ihm. Ja, ich glaube so. Anyway... Let's go get that enchanting book. Ist Eivor vielleicht doch nicht ganz der Böse? Aber... Das ist der Ender-Dragon. Mit Replika Ender-Krystallen und allem. Wow. Ich habe immer gefragt, was es aussieht. Hm... Schon wieder ein Rätsel. Schon wieder ein Rätsel. Okay, da oben ist ein Hebel, sehe ich. Da ist ein Banner mit TNT. Ein Knopf. Ui, Mini. Das wird eine Kopfluss. Wir reden mal mit Ruben. Der hat uns bis jetzt immer am besten geholfen. Ruben! Äh, die Kamera steht so blöd, dass ich nicht mit Ruben reden kann. So, jetzt. Ruben! Ruben, du weißt, was hier zu tun? Uh-oh. Ah, well. Es war wertvoll. Da hat er recht. Ein Versuch war es mir. Da ist ein Bogen. Da ist TNT. Okay. Äh... Hier haben wir ein Redstone-Banner. Und da haben wir ein Diamantenschwert-Banner. Okay. Okay. Gut, ich glaube, die Banner müssen wir uns jetzt nicht alle reinziehen. Wir fragen mal Soren, was der für eine Idee hat. Und dann checken wir mal ab, was wir hier machen müssten, eventuell. Ja. Irgendeine Idee wird uns schon einfallen, auf jeden Fall, denke ich mal. Das kriegen wir schon hin. Okay. Probieren wir es einfach mal. Soren. Soren, was soll das sein 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 sein? Es scheint zu sein ein Hommage zu unserer Kampf mit dem Ender-Dragons. Despite seine Angst. Eivor hat uns nie zuhörst. Er war eine große Rolle von unserer Team, nachher all. Er weiß, dass seine Tage in der Ordnung waren seine höchste. Und diese sind die Ender-Crystals? Ja. Modellen von ihnen. Sie waren das segret für den Dragons. Das segret, huh? Vielleicht solltest du mir die ganze Geschichte erzählen. Ah. Wenn nur du da bist. Es war ein Kampf für die Jahre. Wir haben lange Zeit vorbereiteten für unsere größte Herausforderung. Aber auch so. Der Ender-Dragons war stärker, als auch ich habe gedacht. Ich wusste, dass er die Kraft aus den Ender-Crystals aus dem Ender-Krystals. Und dass die Crystals mussten werden. Ich habe die erste mit einem perfekt gerätten Angriff. Der zweite, ich habe mich auf den Schockrader von Magnus. Ich habe die Schockrader von Magnus' TNT. Das klang aber jetzt irgendwie komisch. Er hat es ja gerade in der Geschichte Okay, ob die Geschichte jetzt wirklich so passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Aber als erstes hat es geheißen Pfeil. Interesting. Dann TNT Ladung nach oben. Dann lotste er den Drachen. Ne, dann kam ja das mit Elagard. Genau, und dann kam der Todesstoß von Gabriel. Aber anscheinend... Okay, das war... Es gibt noch eine zweite Tür. Warte mal, können wir uns die ansehen? Natürlich nicht. Die ist jetzt gerade irgendwie verdeckt. Wir müssen... Ich muss mit ihm nochmal reden. Das kann nicht stimmen. Soren, erzähl mir die Geschichte wieder. Natürlich. Wir haben uns die Wochen vorbereiteten für unsere größte Kampf. Entschuldigung, vielleicht die短ige Version? Well, all right. Ich zerstört ein Krystal mit meinem Bogen. Der nächste mit einer TNT Shockwave. Der dritte mit Elagard's Redstone Cannon. Der dritte von der Dragen selbst. Und dann hat Gabriel es tot mit einem Drachen mit einem Drachen reiten. Wie war das? Das war besser. Danke. Das ist ein Drachen. Was passiert, wenn wir jetzt... Ah, nee, wir können den Knopf ja gar nicht mehr drücken. Okay. Das scheint jetzt mal ein richtiges Rätsel zu sein. Wie kommen wir da hoch? Ah. Enderdrache. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ja klar. Das soll den Enderdrachen darstellen. Ach, jetzt erkenne ich es auch erst richtig. Aber scheint die Geschichte wirklich so zu stimmen? Hey, Ruben, gib mir einen Bogen, bitte? Cool. Cool. Schweideaufzug. Hehehe. So, wir reiten also auf dem Rücken des Drachen. Sprichwörtlich. So, und legen den letzten Hebel um. Das ist alles passiert, wie Soren gesagt hat. Bravo! Du hast es geschafft! Da ist das Buch. Jep, das ist es. Das sind... Soren? Soren? Wie die realen? Nein. Soren? Soren, warum sind die Ender-Krystall in den Far Lands? Sie haben sie gehalten. Der Bogen hat sie gehalten. Er sah mich in den Augen und sagte, dass er sie verletzt hat. Soren, wie sie hierher sind? Ich meine, du kannst nur die Ender-Krystall, richtig? Soren, das ist nicht, das ist nicht so, wie es aussieht. Unsere Geschichte, die Geschichte, das ist, das ist, das ist wahr. Ich versuche, ich versuche, was du denkst, ich versuche, ich kann es erklären. Soren, ich will die Wahrheit und ich will es jetzt. Ich kann nicht. Wir haben uns nie gesagt, dass es nicht zu sprechen. Ich bin nicht. Ich bin Angst, dass ich nicht ehrlich bin, Sie haben. Wir haben uns die Ender-Dragons verletzt, aber es war nicht genau wie ich sagte. Wir haben uns verletzt, aber wir haben uns nicht verletzt, was ich sagen. In der Fall, wir haben uns nicht sogar versucht. Wir haben uns nicht sogar versucht. Soren, einfach zu spüren, was passiert? Wir wollen die Wahrheit. Wir haben den verletzten Blöck verletzt. Du hast den Blöck verletzten Blöck verletzt, um den Ender-Dragons zu verletzen? Ich bin Angst, so. Ich wusste, dass deine Geschichte nicht weitergeht. Entschuldigung. Wenn ich den Blöck verletzt habe, wir waren niemanden. Aber mit seiner Hilfe, wir wurden stärker, stärker. Wir konnten so viel mehr machen. Ich wusste, dass es nur so lange, bevor jemand herausfordert. Ich wusste, dass ich den Blöck verletzt habe. Ich wusste, dass wir den Ender-Dragons zu verletzen haben. Ah, das ist das. Wir haben uns immer noch ein Verletzten, wie legendärsgeistig. Wir haben uns erzählt, dass wir einen Dragons verletzten. Und das Rest ist Geschichte. Soren, du hast verletzt. Du, du hast verletzt, als du verletzt. Du bist ein Verletz. Ich wusste, ich wusste. Also, du hast es endlich verletzt. Soren, wie kannst du? Eivor, wie lange habt ihr da stehen? Lange genug, dass sie das ganze Sache gehört haben. Also, wir sind liars. Alle von uns. Du glaubst, dass du es immer noch ein Geheimnis verletzt hast, oder? Soren? Ist das, warum du die Ordnung hast? Weil Soren ließ? Weil. Weil sie alle ließ. Soren, Gabriel, Magnus, Elagard. Sie haben das ein Geheimnis verletzt. Das ist ein Geheimnis verletzt. Das ist ein Geheimnis verletzt. Sie ließ. Sie ließ. Und jetzt wissen sie. Sie wissen. Ich glaube, sie wissen. Und wie ist das noch besser? Sie zeigen, dass sie ihre Lüge zu den Kosten der Welt selbst verletzt? Schau, mein Wither Plan ist sicherlich verletzt. Du denkst? Ich wusste nicht, dass wir drei von diesen Dingen verletzten, die Welt entfernen. Für einen Moment. Ich habe fast vergessen. Das bringt uns zurück, warum wir hier sind. Wir müssen diesen Schwerpunkt zerstören. Wie jetzt! Jesse ist richtig. Zerstören den Schwerpunkt zerstören ist alles, was mehr wichtig ist. Wie ironisch, dass die beste Sache, den Schwerpunkt zerstört uns, war die sehr gute Idee, um ihn zu zerstören. Spare uns die Poetrie, das ist nicht deine Strasse. Ich hatte dieses Buch seit Jahren. Ich habe nie gedacht, dass ich es tatsächlich benutze. Wie ist es? Diese Sache besser funktionieren, weil wenn es nicht... Du musst es nicht sagen. Es folgen mir. Ich zeige dir. Ich zeige dir. Ich bin sorry. Über alles. Ja, aber... Es ist nicht wichtig. Ich zeige einige ingredienten und krafte ein Weapon. Ich zeige dir, wie es zu schweren. Schön. Okay. Ich zeige dir, was Eivor hier hat. Das ist also das Geheimnis hinter dem Orden. Die haben geschummelt. Mit dem Command Block. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte das jetzt echt nicht so erwartet. Ich habe gedacht, dass Eivor... Irgendwie... Dann ist Eivor eigentlich der einzigste gewesen, der ehrlich ist. Aber jetzt trotzdem irgendwie doch der Böse, weil er halt das Ding losgelassen hat. Es ist... Es ist Wahnsinn. Einfach dieser... Dieser Twist da drin ist schon krass. Ich finde das faszinierend. Nun gut. Ähm... Waffe. Genau. Wir brauchen die Waffe. Die müssen wir noch craften. Wir brauchen die Waffe. Und wir brauchen die Waffe.